So, dann gucken wir weiter. Gibt es hier lange nichts? Dann haben wir, was ist allerdings nicht so ergeblich für mich, ein weiteres Gesichtsmodell, ein Totenkopfring, vielleicht ist es Schmuck, vielleicht gehört es zum Kult, ein Survival-Kit, das wird wahrscheinlich, na, ja, hier ist ein rotes Kreuz, darauf wird wahrscheinlich noch ein Mad-Kit sein. Es gibt ja jetzt schon ziemlich viele Mad-Kits im Spiel. Dann haben wir hier wieder ein Flip-Upside mit so einem Diopter-Absehen, mit so einem Turm-Absehen, was relativ hoch ist. Ja, kommt, glaube ich, gleich nochmal. Dann geht es weiter mit Keksen. Ich glaube, zu Keksen muss ich nichts sagen. Dann haben wir hier wahrscheinlich eine Cola-Dose, obwohl es wahrscheinlich anders heißen wird. Und Armor, ja, da haben wir wieder etwas Interessantes. Und zwar ist das was, das werde ich im Laufe des Videos öfter mal darauf eingehen, und zwar das Armor-System in Tarkov ist noch nicht perfekt. Und zwar das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Einlageplatte. Und zwar funktioniert das in der Realität nicht so, dass man sich, also es funktioniert heutzutage nicht mehr so, früher, bis in die 90er Jahre hat es noch so funktioniert, dass man sich halt eine cool sichere Weste kauft, das ist fertig, das ist West, die kann man so tragen, die zieht man sich an und dann ist man halt geschützt. So funktioniert es ja aktuell noch in Tarkov, aber heutzutage funktioniert das eher so, dass man sich einen Plattenträger holt, also eine Rüstung, wo eine Platte aufgenommen werden kann, weil allerdings selber noch keine Platte drin ist und sich dann die passende Platte dazu holt. Und die passende Platte sehen wir dazu hier, das ist die Diff-Diff-Armor. Und zwar ist das hier eine sogenannte Soft-Platte. Es gibt diese Platten grob in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, und zwar einmal in Soft, also Soft heißt, dass da zum Beispiel irgendein Gewebe drin ist, das heißt etwas, was nachgibt. Soft kann einen nicht ganz so gut schützen, allerdings hat Soft, wenn man dann, also machen wir mal drei Klassen. Jetzt nehmen wir erstmal richtig heftige Gewehrkugeln aus Scharfschützengewehren, wie zum Beispiel dem Musin, was jetzt dabei ist, also 762x54mm R und 762x51mm NATO. Dann nehmen wir die kleinen Geschosse, also 762x39 und 545x39 und 56x45 und Pistolenkrams. So, Soft-Armor ist meistens in der Lage, Pistolenkrams zu stoppen, und zwar so, das sieht man hier auch an diesen Einschussdingern, und zwar so, dass nicht nur das Geschoss gestoppt wird, sondern auch die Energie des Geschosses wird komplett meistens von den Soft-Armoren aufgenommen. Das heißt, wenn einen jemand mit einer Pistole beschießt, merkt man so gut wie gar nichts. Man kriegt keinen Blunt-Damage, also man kriegt keinen stumpfen Schaden, also keinen Schlagschaden ab, und man kriegt das Geschoss nicht ab. Dafür ist Soft-Armor nicht wirklich gut in der Lage, Gewehrpatronen wie, also 56x44mm NATO würde einfach durchschlagen und größeres Gewehrzeug einfach auch. Dann gibt es die nächste Klasse, die relativ beliebt ist, und zwar ist das Steel-Armor, das heißt, man hat hier Stahl. Der Stahl ist relativ gut in der Lage, Pistolenkugeln aufzuhalten, allerdings werden die Pistolenkugeln nicht wirklich vom Stahl so absorbiert wie vom Soft-Armor, sondern die Pistolenpatronen zerplatzen meistens einfach an den Panzerungen, das heißt, man kriegt einen gewissen Blunt-Damage, das heißt, der Schaden wird von dem Armour nicht aufgenommen, sondern die Kugel zerpalt an den Armour, und die Kraft der Kugel wird trotzdem auf den Körper gedrückt. Das heißt, man kriegt von dem Schlag der Kugel sehr viel mehr ab, allerdings kriegt man die Kugel auch nicht ab. Stahl-Armor hat allerdings auch den Vorteil, dass er in der Lage ist, schon diese Sturmgewehr-Munition zu stoppen, und zwar je nachdem, wenn das nicht gerade die übelste panzerbrechende Spezial-Haltdeck-Munition ist, zerplatzen die auch, und da ist es dann allerdings schon wirklich schlimm, wenn man wirklich dann den Schlag abkriegt. Das heißt, man wird von einer Sturmgewehrkugel getroffen, die Sturmgewehrkugel wird von dem Stahl zerstört, abgelenkt und aufgehalten, allerdings wird die Kraft auf den einen Körper transferiert, das kann dazu führen, dass man umkippt, oder dass man zumindest schon einen ziemlich miesen Blutergus da drunter hat. Der Vorteil von Stahl-Armor ist allerdings, dass er das mehrmals kann, und zwar die nächste Klasse kann das nämlich nicht mehrmals. Die nächste Steigung wäre nämlich Spezialkeramik. Spezialkeramik funktioniert so, dass sie alle drei Klassen stoppen kann, das heißt, Pistolenkram kann die stoppen, Sturmgewehr-Munition kann die stoppen, und die große Gewehr-Munition, also sowas wie 7,62x51mm NATO und 7,62x54mm R, also Musi-Munition, kann diese Keramik auch stoppen. Das hat allerdings den Nachteil, also Keramik-Armor neigt nicht dazu, sich zu verformen wie Stahl, denn Stahl verformt sich minimal, sondern zu splittern. Das heißt, sie kann wirklich eine sehr, sehr starke Kugel aufhalten, splittert dann aber, das heißt, Keramik-Armor ist einmal in der Lage, eine große Kugel aufzuhalten, splittert dann, und ist danach nicht mehr so stark. Das heißt, bei Keramik-Armor hat man sozusagen die Fähigkeit, einmal eine starke Kugel aufzuhalten, aber das führt jetzt schon fast zu weit, das ist ja schon fast ein eigenes Video. Das Ding hier habe ich gegoogelt, und zwar habe ich das gefunden, das ist ein sogenannter Venenfinder, und das Ding hat so ein rotes Licht und damit kann man dann die Venen leichter finden. Das wird wahrscheinlich entweder so ein Item, was man dann aufsammelt, also entweder wird das ein Quest-Item, oder wenn man es dabei hat, kann man dann irgendwie effektiver irgendwas mit der Medizin machen. Also ich wüsste nicht, wozu man in Tarkov unbedingt eine Vene finden müsste. Wahrscheinlich ist das so ein passiver Bonus, hast du das Inventar, kannst du irgendwie leicht in Infusionen legen oder so, obwohl es sowas wie Infusionen in Tarkov noch gar nicht gibt. Oh, nächstes, und zwar eine russische Mine, eine PMN-Mine, eine PMN-2, das ist eine relativ alte Mine, aus dem Kalten Krieg. Diese Mine hat was Besonderes an sich, und zwar ist es eine Tretmine, das heißt, man muss genau drauf treten und wird dann allerdings sozusagen komplett weggesprengt, und zwar gibt es verschiedene Antipersonenminen, und zwar die meisten Antipersonenminen sind eher so konzipiert, dass sie eine M-Kill-Waffe sind, das heißt eine Mobility-Kill-Waffe, das heißt, sie nehmen dem Weichziel, ja, das Militärjargon klingt jetzt ziemlich fies, sie nehmen dem Weichziel seine Mobilität, das heißt, wenn da, wenn auf eine typische Antipersonenminen ein Soldat drauf tritt, fetzt ihm meistens den Fuß oder das Bein weg, das Weichziel in Anführungszeichen ist dann seiner Mobilität beraubt, oh Mann, klingt das fies, und so funktionieren die meisten Minen. Das hier ist allerdings eine K-Kill-Mine, das heißt, eine K-Kill, ja, das ist Kill-Kill-Mine, also eine komplett Zerstörungsmine, das heißt, diese Mine ist in der Lage, einen Soldaten, der drauf tritt, komplett zu töten, das ist normalerweise, ist das unüblich, aber diese PMN-Minen können das. Die Überlegung dahinter ist, und zwar sind ja Minenfelder eigentlich nicht dazu gedacht, dass die Soldaten drauflaufen und dann sterben, sondern die Minenfelder sind eigentlich dafür gedacht, dass der gegnerische Soldat da nicht so leicht herkommt. Das heißt, die sind eigentlich dazu gedacht, Infantry-Movement, also Infantry-Bewegung, einzuschränken, das heißt, Aerial-Denine, das heißt, man nimmt dem Gegner wirklich ein Gebiet, wo er nicht her kann. Das macht man normalerweise in Engstellen, und dann muss der Gegner diese Minen erstmal räumen, und erst dann kann er durch. Das heißt, damit kann man sozusagen die Bewegung des Gegners kontrollieren. Und diese Minenfelder werden normalerweise von Pionieren, die wirklich LKWs haben, ausgelegt. Und das ist nicht so, dass der normale Soldat sagt, oh, ich habe jetzt hier drei Minen, irgendwie schleppe ich mit, die sind total schwer und lege jetzt mit drei Minen ein Minenfeld. Geht natürlich nicht. Und weswegen man normalerweise M-Kill-Minen benutzt, besonders wenn man selbst Infantry ist, ist, man kann sich ja aussuchen, denn M-Kill-Minen, also Mobility-Kill-Mines, sind sehr viel leichter als diese K-Kill-Mines. Diese K-Kill-Mines sind richtig schwer. Ich glaube, eine PMN-2 wiegt, glaube ich, schon, ich glaube, 250 Gramm oder so, habe ich in Erinnerung. Und davon kann man ja nicht wirklich viele mitnehmen. Das bedeutet, normalerweise ist die Überlegung, dass wenn man selber Infantry ist, hat man meistens die Überlegung, entweder ich mache Mobility-Kill-Mines, und davon kann ich dann doppelt so viele mitnehmen wie K-Kill-Mines. Deswegen sind K-Kill-Mines bei Infantry eigentlich auch nicht wirklich beliebt. Und ich frage mich auch, was man dann in Tarkov wirklich damit macht, denn das ist dann wirklich so eine Mine, da muss man ja wirklich drauf treten. Und die müsste man dann auch vergraben, damit man sie nicht sieht. Und wirklich viel Raum kann man damit nicht absperren, denn im Vergleich zur OMN-50, die wir ja wahrscheinlich in einem anderen Video besprochen haben, wo man wirklich ein breites Areal mit abdecken kann, wo man wirklich diese Pellets wirklich in der Gegend verteilt, muss man da ja direkt drauf treten. Von Darp kann ich mir nur vorstellen, dass sie vielleicht im Häuserkampf ganz gut sind. Und in Tarkov speziell auch wahrscheinlich sehr gut sind, denn wenn die einen Gegner erwischt, ist der Gegner wahrscheinlich sofort tot. Und so eine Mobility-Kill-Mine, die einem dann beim Gegner einfach nur die Beine schwarz machen, das bringt einem ja nichts. Von Darp ist das hier für Tarkov schon das Sinnvollere. Ist wahrscheinlich dann im Häuserkampf ganz nützig. Übrigens habe ich auch irgendwann mal in so einer Häuserkampf-Trainingsanleitung, also Manual, also Anleitung klingt ja auf Deutsch ein bisschen komisch, gelesen, dass man die oft halt so unter Treppenabsätzen verstecken kann, wenn man das übt oder hinter Türen, so dass wenn der Gegner eine Tür aufmacht, dass der dann mit dem Knauf halt hier den Auslöser drückt und so weiter. Wird natürlich spannend, ob man dann wirklich so Türen und sowas gezielt vermieden wird können in Tarkov.